Was sich Wahlbewerber und Wahlkandidaten zur Betriebsratswahl von der Bundestagswahl abschauen können. Betriebsratsarbeit leicht gemacht. Dein Podcast für erfolgreiche Arbeit im Betriebsrat. Hier lernst du alles über deine Aufgaben, Rechte und Pflichten, um dir deine tägliche BR-Arbeit zu erleichtern. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Niklas Pastille. Ich bin Arbeitnehmeranwalt aus Berlin und unterrichte für die WAF. Allein bin ich heute im Wahlstudio nicht. Ich freue mich, dass meine Kollegin Frau Franziska Hurtado bei mir ist. Hallo Niklas. Schön, dass wir mal wieder einen Podcast zusammen machen. Ich freue mich. Nicht das erste Mal, genau. Franziska, du bist immer noch Wahlrechtsexpertin der WAF. Ja, mit Freude. Immer noch steht dich dabei. Du berätst Wahlvorstandsmitglieder, Betriebsratsmitglieder, aber auch Wahlbewerber rund um alle Rechtsfragen und strategische Fragen der Betriebsratswahl. Genau. Ich betreue bei der WAF vor allen Dingen die Wahlhotline, wo wir wirklich, ja, ich wollte gerade sagen 24 Stunden, aber das wäre jetzt ein bisschen zu weit gegriffen. Echter Service. Aber so viel wie möglich wirklich am Telefon sitzen und die Betriebsräte unterstützen und beraten. Franziska, jetzt hatte ich einen ganz naiven Gedanken. Du weißt, ich bin ein schlichter Mensch. Ich habe eine Wahlwerbung gesehen. Diesmal hatte das gar nichts mit der Betriebsratswahl zu tun, sondern da ging es bereits um einen Entwurf für die Bundestagswahl. Und da habe ich mir gedacht, na, kann man sich nicht irgendwas abschauen? Gibt es sowas wie Eselsbrücken rund um die Bundestagswahl? Ist da irgendetwas übertragbar auf unsere Wahl, die Betriebsratswahl? Das wäre ja toll, denn meine These ist, rund um die Bundestagswahl, da hat jeder so ein bisschen, so ein bisschen spärliche Kenntnisse immerhin. So aus dem Sozialkundeunterricht von damals. Meine geliebte Povi-Lehrerin, die hat uns das auch immer eingebläut. Hast du vollkommen recht, Niklas? Also ich sage unseren Teilnehmern auch immer in den Seminaren, wenn ihr mal überhaupt nicht mehr weiter wisst und euch vielleicht ein paar Eselsbrücken bauen wollt bei diesen ganzen komplexen Vorschriften, Denkt an die Bundestagswahl. Es gibt super viele Parallele und ich glaube, wie du sagst, ein bisschen Ahnung hat da jeder. Liebe Kolleginnen, jetzt müssen Sie einfach dranbleiben. Es wird spannend. Ich erwarte jetzt so einen ganzen Katalog an Eselsbrücken. Was wäre denn die Eselsbrücke Nummer eins? Eselsbrücke Nummer eins ist natürlich die Grundsätze. Also ganz klar, Artikel 38 Grundgesetz, da sind die Grundpfeiler der Wahl aufgeführt. Das ist natürlich so, die Wahl muss geheim sein, die Wahl muss unmittelbar sein, die Wahl muss allgemein sein, frei, gleich und persönlich. Man sagt, man wählt auf GG, auf Grundgesetz, sagen die Juristen, auf, weil es allgemein sein soll, U, weil es insoweit unabhängig und frei sein soll und gleich und geheim. Auf GG, genau. Aha, das kannte ich noch nicht. Sehr schön. Wir strotzen vor Eselsbrücken heute, würde ich sagen. Sehr schön. Ja, genau. Und das sind auch die Grundsätze, die bei der Betriebsratswahl auch vorliegen müssen. Finden sich dann, natürlich nicht im Grundgesetz, aber in dem Grundgesetz der Betriebsräte sozusagen, im Betriebsverfassungsgesetz. Paragraf 14 Absatz 1 ist das und da gelten die gleichen Grundsätze. Da gab es doch noch so eine Wahlordnung zum Betriebsverfassungsgesetz. Genau, die gilt dann ergänzend dazu, aber wie das Betriebsverfassungsgesetz schon sagt, das ist erstmal so die Verfassung, das Grundlegende. Die Wahlordnung nehmen wir dann uns immer dazu, falls wir nochmal was genauer nachlesen möchten. Aber die Grundsätze finden sich da in Paragraf 14 Absatz 1. Eselsbrücke Nummer 2. Vielleicht ein kleiner Unterschied. So Unterschiede merkt man sich ja auch immer ganz gut. Bei der Bundestagswahl, da darf ich ja nur als Deutscher mitwählen. Also mich trifft das immer ins Herz. Mein Papa ist Spanier, der darf nicht mitwählen bei der Bundestagswahl. Das ist natürlich immer sehr traurig dann, wenn wir alle losgehen in unsere Ruppfeldschule und da die Stimme abgeben. Aber bei der Betriebsratswahl, da ist es völlig unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Da freut sich mein Papa, dass er auch mal mitwählen darf. Ja, und wie ist es? Der Wahlvorstand, der muss ja die ausländischen Arbeitnehmer, falls sie nicht ausreichend Deutsch sprechen sollten, was ja nicht immer der Fall ist, der muss die Wahlinformation, wenn ich das richtig weiß, auch notfalls übersetzen lassen. Vielleicht sogar mit einem Simultan-Dolmetscher im Extremfall auf einer Betriebsversammlung. Kostet natürlich ein bisschen was. Ja, aber die Kosten der Wahl trägt ja der Arbeitgeber. Das ist natürlich auch so ein Grundsatz, damit da keiner gehindert ist, an der Wahl teilnehmen zu können. Und Franziska, du hast mir erklärt, in der Wahlordnung steht zwar der Wahlvorstand, der soll darauf bedacht sein, dass alle ausländischen Arbeitnehmer hier die Wahl verstehen. Denn die Rechtsprechung ist aber strenger da sogar als das Gesetz. Genau, die Rechtsprechung sagt klar, diese soll-Vorschrift ist jetzt mal als Ausnahme, als muss-Vorschrift zu verstehen. Und das heißt, muss ist natürlich die Verpflichtung des Wahlvorstandes. Wenn Kollegen im Betrieb sind, die irgendwie die Wahlvorschriften tatsächlich nicht verstehen, aufgrund sprachlicher Barrieren, dann hat der Wahlvorstand die Pflicht, die Vorschriften entsprechend zu übersetzen. Wie er das macht, das ist seine Sache. Das weiß kaum jemand, nicht, dass das eine echte Rechtspflicht ist, weil der Wortlaut da scheinbar entgegensteht. Ja, aber ganz wichtig, führt auch immer wieder zur Anfechtung. Also tatsächlich haben wir das immer häufiger, dass gerade wegen dieser Vorschrift, die oft übersehen wird, das zu einer Anfechtung der Wahl kommt. Ja, ja toll. Eselsbrücke Nummer drei. Genau. Dann schauen wir weiter. Ich weiß nicht, die vier ist ja auch immer so eine magische Zahl bei der Betriebsratswahl, auch bei der Bundestagswahl. Denn eine Amtsperiode dauert immer vier Jahre bei der Betriebsratswahl und auch bei der Bundestagswahl. Man erinnert sich ja, im September, da war ja das wichtige Ereignis bei uns hier in Deutschland, Bundestagswahl. Und das wird dann natürlich in vier Jahren auch wieder sein. Ja, das soll immer verlängert werden, nicht? Das ist so, im politischen Raum gibt es immer Forderungen. Ich würde da auch das unterstützen. Ja, vier Jahre sind gar nicht so eine ganz lange Amtszeit. Aber es bleibt einfach jedenfalls bislang bei dieser magischen Ziffer. Vier gewinnt. Ja, schön, genau. Nächste Eselsbrücke, genau, wir merken uns. Vier gewinnt, Bundestagswahl und Betriebsratswahl. Genau, es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmefälle, wenn der Betriebsrat zurücktritt oder die Gesamtzahl der Betriebsratsmitglieder sinkt. Aufgelöst wird, ja, ist auch so ein Fall. Wie ist das mit der Briefwahl? Das gibt es ja auch bei der Betriebsratswahl und natürlich auch bei der Bundestagswahl. Kann man sich da auch was abschauen? Ja, da kann man also auch durch so ein paar Parallelen ziehen. Ich weiß nicht, ich erinnere mich da, ich habe mal zwei Semester in Spanien studiert, da war auch gerade Bundestagswahl. Und da habe ich natürlich der Angie geschrieben, hey, ich hätte gern auch meine Briefwahlunterlagen. Ich will natürlich mitwählen, ich will natürlich auch an der Wahl teilnehmen, mitbestimmen politisch in Deutschland. Und dann hat sie mir meine Wahlunterlagen nach Spanien, nach Salamanca geschickt. Das ist ein ganz schöner Service. Angie persönlich. Also ein Traum, ein Traum. Und das ist natürlich auch Aufgabe des Wahlvorstandes, bei der Betriebsratswahl zu schauen, welche Kollegen verlangen denn Briefwahl? Beziehungsweise welchen muss ich denn als Wahlvorstand denen die Unterlagen schicken? Franziska, jetzt musst du mir mal sagen, wie ist das ganz genau? Also es gibt doch Kollegen, die verlangen die Briefwahl. Da muss ich als Wahlvorstand dem auch einfach nachkommen, so habe ich das verstanden. Und es gibt Kollegen, von denen weiß ich, die werden wohl aller Voraussicht nach am Wahltag nicht im Betrieb sein. Das weiß man ja manchmal so. Außendienst oder Langzeiterkrankte vielleicht auch. Heimarbeit. Heimarbeit, ja. Und was muss ich da machen? Also genau, ich überlege mir das dann, bei welchen Kollegen, weiß ich denn, wie du schon sagst, die sind nie da in dem Betrieb an dem Tag. Da bin ich verpflichtet als Wahlvorstand denen die Unterlagen zu schicken. Darüber muss der Arbeitgeber mir auch Auskunft erteilen, welche denn im Außendienst immer an dem Tag nicht da sind. Aber es gibt so Fälle, zum Beispiel Urlaub, Krankheit, das sind so die typischen Fälle, da muss der Arbeitnehmer auf den Wahlvorstand zugehen und die Briefwahl verlangen. Muss ich denn da jetzt als Wahlvorstand immer einen Beschluss fassen? Das ist ja aufwendig, nicht? Ja, aber muss ich, ja klar. Also ich muss natürlich alles immer dokumentieren und vor allem der Wahlvorstand kann ja seinen Willen nur bilden durch Beschlüsse. Das ist ein Gremium, der nur durch Beschlüsse seine Entscheidung treffen kann und deshalb muss ich dann für jeden einzelnen Arbeitnehmer entsprechend einen Beschluss fassen und den natürlich auch dokumentieren, damit ich dann vielleicht, wenn es zu einer Anfechtung kommt und zwei, drei Jahre später das nochmal aufgeräumt wird, ich natürlich noch weiß, warum habe ich mich denn damals so entschieden. Franziska, jetzt redest du immer von Wahlvorstand. Ganz naive Frage, gibt es denn sowas bei der Bundestagswahl auch? Das habe ich mich auch gefragt. Niklas, das wusste ich nicht. Also das ist ja auch immer sehr schön, man lernt ja nie aus. Ja, das stimmt. Das habe ich auch nachgeschaut und da habe ich in die Bundeswahlordnung geguckt. So was gibt es? Und da gibt es die Wahlvorsteher und das ist quasi das Pendant zum Wahlvorstand. Ah ja, auch alles ehrenamtlich, nehme ich an. Ich denke ja, genau, das sind auch ehrenamtlich. Und es gibt sogar auch so eine Art Wählerliste, das habe ich auch nachgeschaut. Das ist dann das Wählerverzeichnis und Grundlage dafür ist das Einwohnermelderegister, was ja auch eigentlich recht logisch ist. Also da haben die ja schon eine Liste dann quasi in den Behörden liegen, wer hat sich denn angemeldet. Ist das die Liste, die immer ausliegt dann im Wahllokal? Genau, wo ich dann auch abgehakt werde, entsprechend wie auf der Wählerliste, wenn ich meine Stimme abgegeben habe. Und die dürfen das abhaken, ja? Oder ist das irgendwie rechtlich problematisch? Ich denke nicht, nein. Also natürlich, die müssen das ja kontrollieren, dass derjenige, wie bei der Wählerliste auch, dass derjenige, der seine Stimme abgibt, ein Wahlrecht hat. Und dementsprechend zeigt man dann immer seinen Personalausweis ja vor. Das macht man bei der Wählerliste jetzt nicht. Da reicht es dann aus, dass die Kollegen im Wahlvorstand einen im Betrieb identifizieren können. Aber ja, bei meinem Einwohnermelderegister, da bin ich ja dann eingetragen. Franziska, du bist ja Anwältin. Ich bin auch Anwalt. Wir haben beide Erfahrungen rund um die Betriebsratswahl. Ich darf das kaum sagen, offen. Wir fechten manchmal Betriebsratswahlen an, ja? Du weißt, so eine Betriebsratswahl, nur weil sie durchgeführt wurde, ist nicht zwingend wirksam, ja? Die kann anfechtbar sein, die kann nichtig sein. Da können irgendwelche Rechtsfehler in der Praxis sogar relativ häufig aufgetreten sein. Daraus kann man Honig saugen, wenn man nicht gewählt worden ist. Was mich jetzt interessiert, die Bundestagswahl, kann ich die irgendwie auch anfechten? Ich nehme an, ja. Klar, es muss ja auch da so eine Art Kontrollinstanz oder eine Kontrolle einfach geben. Und da ist dann das Pendant einfach 41 Grundgesetz, Artikel 41 Grundgesetz. Da gibt es dann nochmal die Wahlprüfung. Und das ist aber tatsächlich eine Entscheidung durch den Bundestag. Und im Rahmen dieser Wahlprüfung wird dann im engeren Sinne untersucht, ob die Abgeordneten ihr Mandat ordnungsgemäß erhalten haben. Und ja, also das ist dann nochmal, fand ich ganz interessant, weil das wirklich dann vom Bundestag ausgeht. Und bei uns sind es ja immer drei wahlberechtigte Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber, der anfechten kann. Sehr schön. Also so ganz ungewöhnlich, so unique oder so, ist unsere Betriebsratswahl gar nicht. Das heißt, da gibt es viele Parallelen. Einen Fall habe ich jetzt noch. Ich weiß nicht, ob du da schon mal einen Fall auf dem Tisch hattest. Wie ist denn das? Ich darf ja Wahlwerbung betreiben. Sieht man immer bei der Bundestagswahl hier CDU und SPD und große Plakate und Wahlspots. Wenn man so nachsucht im Gesetzestext, hier Grundgesetz oder sonst wo, so richtige Rechtsregeln zum Wahlkampf, so ein Wahlkampfrecht, ein Wahlkampfgesetzbuch, sowas gibt es nicht. Nee, gibt es nicht tatsächlich. Also man muss sich da ein bisschen an der Rechtsprechung irgendwie orientieren, was die so entschieden haben. Und das ist quasi das Recht, an dem man sich dann... Reines Richterrecht. Genau. Ja, geht denn das überhaupt? Ist das zulässig? Klar, ja. Also das hat ja Rechtskraft, das, was die Richter entscheiden. Die Juristen sagen immer, der Tenor erwächst in Rechtskraft. Ja, das stimmt. Das klingt jetzt ein bisschen geschwollen. Absolut. Aber es ist wirklich so. Also ja, genau. Also das, was der Richter entscheidet, daran kann man sich dann oder muss man sich auch orientieren. Ja, auch in Ermangelung einer gesetzlichen Regelung, nicht? Weil der Richter einfach diese Lücke dann ausfüllt durch seine Urteile und Beschlüsse. Und das gilt dann. Oder wie wir in Berlin auf den Hinterhöfen gesagt haben, das gilt dann. Und das gilt dann so lange, bis der gleiche Richter sich mal anders entscheidet. Und wie der Richter sich entscheidet, das bereiten wir vor. Unter anderem die Betriebsräte natürlich als politische Interessenvertreter. Aber eine bescheidene Rolle spielen da auch die Rechtsanwälte. Genau. Das ist unser Handwerk. Das haben wir ja auch gelernt. Wir wollen die Menschen beeinflussen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Zum Positiven natürlich. Liebe Kollegen, ich habe gelernt heute, die Bundestagswahl, die gehorchte Regeln, die auch maßgeblich sind für die Betriebsratswahl. Zum Beispiel muss eine allgemeine Wahl stattgefunden haben. Die Wahl muss unmittelbar gewesen sein, frei, gleich und geheim. Genau, ja. Und wir haben uns natürlich viele parallelen Eselsbrücken gebaut, auf die Sie als Zuhörer hoffentlich dann auch aufbauen können. Und vielleicht die Betriebsratswahl an sich noch ein bisschen leichter machen. Für die Durchführung dieser Wahl. Genau. Da wünschen wir Ihnen alles Gute. Ja, da kann vieles schief gehen. Aber Sie bekommen das schon hin. Vielleicht auch mithilfe der WAF. Apropos WAF. Wenn es jetzt noch eine Frage gibt, Franziska, darf ich dich dann einfach anrufen, so als Betriebsratsmitglied oder Wahlvorstandsvorsitzender. Unsere Zuhörer können uns natürlich gerne eine Frage schicken an frage.betriebsrat.com. Ansonsten haben wir auch unsere Wahlhotline, die für Teilnehmer unserer Wahlseminare kostenlos zur Verfügung stehen. Und wir bieten natürlich auch noch auf unserer Betriebsrat.com-Seite ganz viele weitere Informationen und Dokumente zum Download. Und Ratgeber-Videos auch. Genau. Also die 26 Schritte zur Wahl findet man dort auch ausreichend Informationen, glaube ich. Mir hat es Spaß gemacht, Niklas, mit dir. Vielen Dank, Franziska. Bis zum nächsten Mal. Das waren Franziska Rotado. Und Niklas Pasti. Lieber Hörer, wir hoffen, es hat dir heute Spaß gemacht und es war etwas Interessantes für dich dabei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast. Dein Feedback ist uns sehr wichtig und hilft uns, noch bessere Inhalte für dich und diesen Podcast zu produzieren. Den Link für die Bewertung findest du in der Beschreibung. Wir wünschen dir einen erfolgreichen Tag und bis bald. Bis zum nächsten Mal.